In diesem Video geht es um die Erstellung von Screencasts. Was sind überhaupt Screencasts? Viele von Ihnen kennen sicherlich den Begriff Screenshot, also die Aufnahme eines Fotos von der aktuellen Anzeige auf dem Desktop. Ein Screencast ist etwas sehr ähnliches. Es bezeichnet die Aufnahme der Abläufe auf dem Desktop als Video. So ein Video kann beispielsweise dazu dienen, kommentierte Präsentationen oder Vorträge als Video festzuhalten. Den Umgang mit bestimmten Programmen in Tutorials zu erklären, Demos von selbstentwickelter Software zu erstellen oder aber auch bestimmte Arbeitsabläufe zu erläutern. Mit bestimmten Programmen ist es ebenfalls möglich, auch Livestreams zu erstellen. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Software-Tools, die jeweils einen unterschiedlichen Funktionsumfang haben. Mit diesem Video möchte ich versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben, welche Tools sich insbesondere für die Erstellung von Tutorials bzw. Lehrvideos eignen. Zunächst müssen wir zwei grundlegende Funktionen voneinander unterscheiden. Zum einen Screen Recording und zum anderen dem Video Editor. Screen Recording oder auf Deutsch die Bildschirmkamera ist eine Software, die die Geschehnisse in einem von mir gewünschten Bildschirmbereich aufzeichnet. Der Video Editor oder auch Video Bearbeitungssoftware ist ein Software-Tool, das es ermöglicht, Videos zu schneiden, einzelne Sequenzen mit Übergängen zu versehen und Effekte einzufügen. Zuerst möchte ich Ihnen die bereits unter Windows 10 und Microsoft Office vorinstallierten Tools vorführen, die Sie für die Erstellung einfacher Screencasts nutzen können. Danach zeige ich Ihnen eine kostenfreie Alternative, zwei leistungsstarke Open-Source-Tools und zuletzt eine speziell für Lehrvideos entwickelte kostenpflichtige Software. Verwenden Sie Windows 10 und Microsoft Office verfügen Sie bereits über drei Software-Tools, die Sie zur Erstellung von Screencasts bzw. Lehrvideos verwenden können. Eine sehr einfache Möglichkeit ist die Aufnahmefunktion in PowerPoint. Dafür klicken Sie oben auf Bildschirmpräsentation, dann auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Im Anschluss befinden Sie sich im Aufnahmemodus, können dort die Präsentation aufnehmen und nach Beendigung der Aufnahme können Sie unter Datei, Exportieren, die Aufnahme als Videodatei abspeichern. Eine weitere Möglichkeit ist die Aufnahmefunktion der Xbox Game Bar. Diese erreichen Sie auch, wenn Sie die Windows-Taste und die Taste G gleichzeitig drücken. Mit dieser Aufnahmefunktion können Sie nicht den ganzen Desktop aufnehmen, sondern nur ein bestimmtes Fenster bzw. eine aktuell laufende Anwendung. Starten Sie zuerst das gewünschte Programm. Ich verwende als Beispiel eine Präsentation im PDF-Format. Ich starte zunächst die Präsentation und wechsle in den Vollbildmodus. Danach drücke ich Windows-Taste und die G-Taste gleichzeitig. Nun starte ich die Aufnahme und klicke einfach irgendwo auf den Desktop. Das kleine Fenster hier können Sie ignorieren. Dies ist nur dazu da, die Aufnahme zu beenden und ist in der Aufzeichnung nicht zu sehen. Ich gehe einfach die Folien durch, mache meine Kommentare und beende die Aufzeichnung. Nach Beendigung der Aufnahme finden Sie das erstellte Video im Ordner Videos im Unterordner Aufzeichnung. Möchten Sie nun kleine Änderungen an dem Video vornehmen, können Sie dies mit der vorinstallierten App Video Editor. Ich starte zunächst den Video Editor, erstelle ein neues Projekt, öffne hier das gerade erstellte Video und ziehe das Video in das Storyboard. Nun kann man hier einen Titel hinzufügen, Sequenzen zuschneiden, rausschneiden, einfügen oder auch die Reihenfolge ändern. Sie können Text oder auch Kamerabewegungen hinzufügen und haben ebenfalls Zugriff auf einige Filter und Effekte. Weitere nützliche Funktionen sind die Veränderung der Geschwindigkeit einzelner Sequenzen und die Möglichkeit der Änderung der Audiospur. Am Ende können Sie hier oben das Video als MP4-Datei exportieren. Eine mögliche Alternative zu den vorinstallierten Tools ist Screencast-O-Matic. Auf der Webseite screencast-o-matic.com können Sie den Web-Launch-Recorder herunterladen. Nach dem Download muss er nicht installiert, sondern kann sofort gestartet werden. Wählen Sie den Bereich aus, den Sie aufnehmen möchten. Wählen Sie das Mikrofon aus, das Sie verwenden wollen und drücken Sie auf Aufnahme. Sie können auswählen, ob Sie nur den Desktop, nur die angeschlossene Kamera oder beides gleichzeitig aufnehmen möchten. In der kostenlosen Version ist die Aufnahmezeit auf 15 Minuten begrenzt und das erstellte Video verfügt über ein Wasserzeichen. Ist man gewillt, ein monatliches Abonnement abzuschließen, ist die Aufnahmezeit nicht begrenzt, das Wasserzeichen fällt weg und Screencast-O-Matic verfügt zusätzlich über einen Video-Editor. Hat man hohe Ansprüche an den Funktionsumfang und ist gewillt, etwas Zeit in die Einarbeitung zu investieren und legt man ebenfalls Wert auf Open-Source-Software, empfiehlt sich die Verwendung von OBS, der Open-Broadcast-Software und Shotcut. Neben der Aufnahme von Bildschirmenhalten verfügt OBS auch über eine Live-Streaming-Funktion. Ein Vorteil von OBS ist, dass verschiedene Szenen voreingestellt werden können, zwischen denen innerhalb der Aufnahme gewechselt werden kann. Außerdem kann auch eine Vielzahl von Quellen zugegriffen werden. Darüber hinaus können Sie den Funktionsumfang mit Hilfe von Plugins erweitern. Haben Sie einen Screencast aufgenommen, kann dieser mit Hilfe des Open-Source-Tools Shotcut zurechtgeschnitten und mit Übergängen und Effekten versehen werden. OBS und Shotcut sind neben Windows auch für Linux und macOS erhältlich. Camtasia Studio ist eine kommerzielle Software, die speziell für die Erstellung von Screencasts für den Bildungsbereich entwickelt wurde. Camtasia ermöglicht es, Bildschirminhalte aufzunehmen und anschließend in einem Video-Editor zu bearbeiten. Im Video-Editor von Camtasia kann man auf eine große Auswahl von Effekten und Übergängen zugreifen. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv gehalten. Der Funktionsumfang von Camtasia Studio kann dabei ebenfalls semi-professionellen Produktionen gerecht werden. Camtasia Studio kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Möchte man lediglich PowerPoint-Vorträge aufzeichnen, ist dies mit der Aufnahmefunktion im PowerPoint bereits möglich. Mit Hilfe der internen Aufnahmefunktion von Windows 10 können Sie von jeder Software oder Präsentation Videos erstellen. Mit dem bereits vorinstallierten Video-Editor können diese auch nachbearbeitet werden. Als einfach zu verwendende Alternative empfiehlt sich Screencast-O-Matic. Haben Sie professionellere Ansprüche und legen Wert auf Open-Source-Software, ist OBS in Kombination mit ShotGuard die richtige Wahl. Legen Sie Wert auf eine einfache, intuitive Bedienung und sind Sie ebenfalls gewillt, Geld zu investieren, sollten Sie Camtasia ausprobieren. Vielen Dank.